Damen und Herren, herzlich willkommen und hallo zu Let's Info Vol. 55. Ich bin es Eidem, Sima Felix, und wir reden heute mal wieder über das aktuelle, kommende und sonstige um diesem schönen YouTube-Kanal. Wie eh und je beginnen wir doch einfach mal hier wieder mit den aktuellen Projekten. Ja, wir sind ja hier aktuell bei einer schönen Schnapps hier mit 55, und das ist ein kleines Jubiläum, denn es ist auch ein wichtiges Let's Info, weil wir auch über ein wichtiges Projekt reden, und zwar Final Fantasy 15, das große Machwerk hier von Square Enix ist da, und ich spiele es. Ich habe eine Aufnahmsfestung gemacht, gleich mal hier 6, 7 Parts aufgenommen, und es ist überraschenderweise gut. Wer hätte das gedacht, Mann. Ich habe meinen Spaß damit, leider erst hier, wie gesagt, Dienstag bekommen und leider noch nicht so viel aufgenommen, aber es ist wirklich ein super Spiel, und ich freue mich, dieses großartige Rollenspiel doch zu spielen. Dann kommen wir zum nächsten Projekt, wie gesagt, Final Fantasy 15, es ist nur eine Aufbauphase, aber nur, es läuft. Dann kommen wir hier kurz mal zu Gravity Rush Remastered, ein Spiel, was auch ziemlich cool ist, ein wenig unterschätzt, ist fertig aufgenommen, sind etwas über 30 Parts, ich sage jetzt mal so 32, 33 Parts, und ist, wie gesagt, fertig aufgenommen. Wenn alles gut läuft, werde ich das so bis Mitte des Monats, kurz vor Weihnachten, bis kurz nach Weihnachten, wenn ich das Projekt fertig habe. Und was danach kommt, dazu später mehr. Dann haben wir Digital Delves Saga, das Projekt ist ja auch schon ziemlich lange aufgenommen. Ähm, ich müsste jetzt mal ganz kurz hier reinschauen. Es werden um die 50 Parts, ähm, und mit ungefähr 50 Parts bin ich durch. Ich habe da noch ein bisschen optionalen Krimskrams gemacht, die nicht so wichtig ist, aber mit 50 Parts ist das Projekt durch. Ein ziemlich, ziemlich cooles Rollenspiel, mein erstes richtiges, äh, SMT, und ich muss sagen, äh, ich bin wirklich begeistert. Äh, dann haben wir noch, äh, World of Race, äh, World of Final Fantasy, ähm, puh, es ist ein ganz heißer Kandidat bis jetzt auf meinen Game of the Year. Steht bei mir, ich habe es natürlich schon 25 Stunden im Gegensatz, Final Fantasy erst mal 3 Stunden knapp. Ähm, ähm, klar. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es ein heißer Kandidat für mein Game of the Year World of Final Fantasy. Ein wunderbares Spiel, sehr viel Spaß habe ich damit, und, äh, wie gesagt, knapp 25 Spielstunden. Ich glaube, ich habe jetzt so knapp 40 Parts aufgenommen. Läuft auch aktuell gut. Hoffe ich. Ich weiß nicht. Ich müsste mal wieder, glaube ich, erinnern. Äh, aber wie gesagt, ein gutes Projekt. Und wir sind jetzt auch schon, ja, zwei Drittel des Spiels haben wir schon durch. Also geht schon langsam hier auf Finalkurs zu. Und, äh, dann haben wir noch Test of Graces F, äh, sind auch erst so 40 Parts aufgenommen. Und, ja, kommt immer hin und wieder. Es kommt ein bisschen weniger, weil ich, äh, ab Part 22 bis zum Render ein Problem habe und es noch nicht weitergerendert habe. Nun kommen wir ganz kurz zum Ablaufplan. Ähm, ich schiebe den ein bisschen halt immer hin und her, weil, äh, das ist erst einmal, das hat bei mir was Persönliches zu tun. Ich mag es halt, wenn der Kanal schön strukturiert aussieht, wenn da immer, äh, gleiche Videos untereinander sind. Zum Beispiel, wenn euch das auffällt, wenn ihr auf meinen Kanal geht, dann seht ihr zum Beispiel, dass immer, äh, bei derselben Leiste ein Schimmigermintensive-Video ist. Immer auf derselben Leiste ein Gravity Rush-Video. Ich finde, das sieht irgendwie optisch schöner aus. Und Final Fantasy 4, wo ich das auch hinbekomme. Das ist immer schwer, weil dann muss ich halt ein Projekt da machen, ein Projekt hier nicht machen. Aber, das ist nur so ein Modeding, das höre ich bald wieder auf und, äh, dann haue ich einfach wieder mehr Parts aus. Ich muss unbedingt mal wieder Test of Graces aufhören. Das ist schon drei, vier Tage her, dass ich das letzte hochgeladen habe. Das ist ein bisschen doof. Und der Ablappan, wenn er optimal läuft, sieht es nämlich so aus, dass jeden Tag Gravity Rush, äh, sicher kommt. Schimmiger mit Tensei. Ähm, da, 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 da müssen wir schauen. Äh, World of Final Fantasy aktuell und dann Final Fantasy 15 und, ähm, was haben wir denn noch? Ähm, Final Fantasy 15 und Taste of Graces im Zwei-Tages-Rhythmus. So, wer der Plan, den ich machen würde, aktuell kommt da jeden Tag irgendwie alles oder auch nicht oder wie auch immer. Ähm, und ja, äh, wie gesagt, es ist von allen Parts auch was gut aufgenommen. Äh, Schimmiger mit Tensei. Devil Saga geht ja bald zu Ende, dann haben wir hier ein Projekt immer weniger und dann hört es auch wieder besser auf, wir mit Rollenspielen ermöglichen. So, und nun kommen wir zu kommenden Projekten. Und da wird es doch ein wenig spannend, äh, weil wir aktuell so viele Mammoprojekte haben wir wieder. Das ist genau wie, äh, Mitte, äh, Anfang des Jahres, wo wir Digimon Cybers läuft mit 130, Persona mit 140, letztes Jahr immer noch The Witcher mit 150, also so ewig lange Mammoprojekte hatten. Hatten wir jetzt eine Phase mit ein bisschen kürzeren Spielen. Äh, jetzt geht es aber wieder richtig los, äh, Tokimira Chesson war so der Anfang jetzt. The World of Final Fantasy wären um die 70 Parts im besten Fall, äh, werden, tippe ich jetzt einfach mal. Also, dauert lang, Final Fantasy 15 habe ich keine Ahnung, aber ich tippe jetzt einfach mal auf knapp an die 100 Parts. Äh, und, ähm, was haben wir denn noch? Äh, Taste of Grace, das wären auch um die 80 Parts. Das ist ein ziemlich langes Tales-Spiel. Also würde ich jetzt mal tippen, dass es das längste Spiel wird, äh, Tales-Spiel wird, was wir bis jetzt gespielt haben. Also, ihr seht, das sind alles lange Projekte und deswegen bin ich mir auch noch nicht sicher, was danach kommt. Aber, äh, eine Sache kann ich nämlich sagen, nämlich nach Gravity Rush Remastered, der werde ich, ähm, Anfang, äh, Ende Dezember, wird dann das Nachfolgeprojekt dazukommen und das wird schon vormos Mission of Savage Zone sein. Das kann ich schon mal ganz sicher sagen. Ja, und, äh, zu den anderen Projekten weiß ich jetzt noch gar nicht, wie es da aussieht. Ich möchte entweder, ähm, Taste of Grace, das, aber das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, eher World of Final Fantasy bis, äh, zum, bis zum Ende Januar möchte ich das abgeschlossen haben. Weil im Januar geht's wieder, geht's gleich richtig los mit so viel Krachern. Ähm, klar, das größte Highlight, das für mich zweitgrößte Highlight, wird überhaupt dieser grandiosen Japano-RPG sein, nämlich, äh, Taste of Berseria erscheint da, äh, Ende Januar. Dann haben wir, äh, Mitte Januar, haben wir gleich zwei Spiele, die wir auch unbedingt spielen, mit Gravity Rush 2 und, äh, Fate Extaller. Also zwei echte, äh, drei echte Kracher haben wir da. Da muss ich mal schauen, wie ich das dann deichle, weil ich hab aktuell zu viele Projekte. Aber, hey, so, für gute Spiele kann man sich auch mal ein bisschen Zeit lassen. Und, äh, ja, wie gesagt, da komm ich dann auch gar nicht hier zu den Spielen, äh, die ich eigentlich dann unbedingt spielen will. Aktuell, wie gesagt, weil so viel ist. Ich wollte eigentlich auch die Zwerge, Let's Plane, äh, ein großartiges Kickstarter spielen. Mein erstes Kickstarter-Piräck, und es ist raus. Und es ist, ist auch ziemlich cool. Haben wir ein bisschen schon reingespielt. Äh, wird aber wahrscheinlich irgendwann später kommen. Vielleicht, vielleicht auch gar nicht. Und dann kommen wir noch, äh, zu dem, äh, ja, was aktuell die meisten Aufrufe so hat hier so, äh, durch, äh, und die meisten Kommandaten. Was mich natürlich sehr freut, ist nämlich, äh, die Walkthroughs. Äh, und, äh, ich habe ja schon dieses Jahr ein paar, äh, äh, Visual Novels. Walk, Gif, Routubel, ähm, Mufluf. Und nun natürlich, äh, das großartige Steins Gate Zero. Äh, ich hab ein bisschen reingespielt. Ich versuche immer, dass jeden Tag ein Part kommt. Was? Was ist mein Handy? Ach so, ich frag mich gerade. Ja, das hört sich ja so laut an. Hey, äh, Steins Gate Zero, äh, mache ich, wie gesagt, das Walkthrough. Es wird jeden Tag kommen. Weiß, das ist, was am meisten gefällt wird. Und da freu, äh, da folge ich natürlich hier den Wünschen. Und deswegen wird Steins Gate Zero jeden Tag kommen als Walkthrough. Ähm, ich möchte auch andere Walkthroughs wieder machen. Aber das erst mal, bis er hier das abgeflascht hat. Ich muss unbedingt, äh, die zweite Hälfte der Mufluf-Kampagne machen. Es gibt ja Mufluf-Extra und Unlimited. Unlimited-Kampagne muss ich unbedingt mal angehen. Ich hab hier Rootletter ein bisschen angefangen aufzunehmen. Und irgendwann nächstes Jahr wird uns ja dann auch das, äh, große Mufluf-Alternative erwarten. Aber das mit dem Visual Novels ist jetzt nicht so das Großartigste. Aber es ist immer der Anker-Patch jetzt für Mufluf rausgekommen. Ein Grund, Mann, ist das Spiel, Mann. Das ist natürlich der einzige Grund. Nun gut, ähm, wie gesagt, mit aktuellen Projekten weiß ich jetzt noch gar nicht so, wie es, äh, ausgeht. Und ich plane aktuell, wie gesagt, dass World of Final Fantasy Ende Januar endet. Dann werden wir bis, also zu Tales of Berseria hin. Final Fantasy 15, denke ich mal, bis Persona 5 werden wir schon da haben. Das kommt erst im April aus. Ich sag jetzt mal Mitte Februar bis Ende Februar werden wir das durchhaben. Wird ja lockers, na, 60, 70 Parts werden, wie gesagt. Ähm, ähm, Tales of Grace F muss ich jetzt unbedingt mal schauen, dass ich mir gescheit hinterher renne. Und dann könnte ich das auch im besten Fall so Mitte bis Ende, äh, Januar schaffen. Weil dann wird man da ein bisschen abschwächen. Die ganze Sturmflut an Projekten, die uns erwartet hier. Na, Chimiga mit Tensei, Digital Devil Saga 2 wird erstmal nicht kommen. Auch wenn ich sehr viel Spaß hatte. Aber ich muss halt erstmal die großen Spiele hier ein bisschen abwarten, ab, äh, verdauen. Also, wenn wir uns das jetzt so anschauen, werden wir im Dezember wahrscheinlich dann als Projekte hier noch, ähm, World of Final Fantasy haben. Digital Devil Saga wird zum Ende gehen. Final Fantasy 15. Die Walkfuls zähle ich jetzt einfach mal nicht auf. Gravity Rush, äh, äh, Final Fantasy 15, World of Final Fantasy und, äh, Taste of Graces. Wir werden Gravity Rush beenden. Danach wird dann, kann Transformers mit so noch Cybertron beginnen. Und danach wird dann, äh, hier Fate X Teller, Gravity Rush 2, irgendwie sowas im Januar dann kommen. So, dann sind wir fast schon wieder fertig. Projekte, die, äh, ich, also sag ich auch mal, die ich unbedingt jetzt mal in nächster Zeit aufnehmen will. Ich hab einmal, äh, James Bond-Agent im Kreuzfall aufgenommen, angefangen, aufgenommen, war cooles Spiel und bin so zur Hälfte durch. Äh, Normal Heroes 2 steht immer noch unbedingt auf meinen Ticker, Mann, ach, da freu ich mich. Ich hab mir jetzt einen PS3 Gamepack gekauft. Ich kann jetzt endlich Resistance 3 spielen und ich will vielleicht auch, ähm, Retribution, glaub ich, heißt das, auf der PSP hier spielen. Äh, Deadpool hab ich mir gekauft, äh, werd ich auch sicher irgendwann mal aufnehmen. Und dann hab ich hier noch zwei Rollenspiele. Nier einmal, was ich unbedingt vom nächsten, ähm, von Nier Autonomator oder wie es auch immer heißt, fertig haben. Ähm, und, was mich sehr freut, dass endlich die Abwärtskompatibilität auf der Xbox One verfügbar ist zu Lost Odyssey. Eines der doch immer der bestbewertesten Japaner-Budgets der letzten Generation und ein Spiel, was ich auch sehr lange schon spielen wollte. So, haben wir noch was zu sagen? FIFA könnte ich aufnehmen, Mann. Ich bin gerade richtig im FIFA-Heim, Leute. Wenn ihr mal vernichtet werden wollt im FIFA, dann erdebt mich, Mann. Mal fertig, Mann. Okay, ich spiel eigentlich nur, äh, wie heißt das nochmal, dieses, äh, Team, wo man mit anderen spielen, äh, wo die anderen spielen und ich einfach nur zuschauen und sag, Ja, servus, Mann. Ähm, nein, es gibt immer noch ein bisschen was zu sagen. Einmal, meine Elgato-Geschichte könnte ich erzählen. Meine Elgato hat jetzt nach zwei Jahren hier den Geist aufgeben. Es war eine schöne Zeit und ich applaudiere wirklich für eine großartige Zeit, die hier funktioniert hat. Leider geht's hier nicht mehr. Ich hab versucht, sie zu reparieren, aber es wurde nur schlimmer. Ich hab mir jetzt die Elgato H60 gekauft, da wollte ich erst die H60S kaufen und dieses USB-3-kompatibel und das hab ich leider nicht. Aber, hey, ich hab das, schaut, Mann, ich hab darauf gesagt, okay, geht nur mit Windows 10, updaten wir den PC auf Windows 10, Mann, jetzt hab ich Windows 10, weiß nicht wieso. Aber sie ging nicht und dann musste ich mir schließlich die, hab ich die zurückgegeben, beim Gameshook geht es ja zum Glück und mir die normale H60, nicht die H60S, sondern die H60 kaufen. Jetzt haben wir alle 60 Bilder pro Sekunde und das Render dauert noch länger und ich hab eigentlich keinen Bock drauf, aber, mei, was man denn alles macht mit der doofen neuen Technik. Ähm, wie gesagt, ein neuer Elgato. So, haben wir dann, äh, ich hatte ein wenig Abschlussprüfung, ich hab noch mit dem Januar Abschlussprüfung, wenn alles gut läuft und ich nicht durchfalle, was ich jetzt einfach mal, von dem ich jetzt einfach mal nicht ausgehe, ähm, werde ich im Februar ein Vollverdiener sein und das heißt natürlich, im Februar wird erstmal schön eingekauft. Äh, der PC steht ganz, äh, oben, auch wenn mein PC immer noch super ist, äh, ich liebe ihn wirklich sehr, gibt's gleich, gibt's gleich ein Bussi von mir, ähm, muss ich mir leider mal einen neuen kaufen, ähm, ähm, besonders wegen Rendern, dass das mal ein bisschen schneller geht, weil ich rendere aktuell an einem Part Final Fantasy für 30 Minuten eine Stunde für einen und, äh, ich muss das immer so vorbearbeiten, also bin ich pro Part ungefähr zwei Stunden nur beim Rendern. Oder Aufnahme, wo es nochmal eine halbe Stunde ist, bin ich also bei zweieinhalb Stunden pro Part. Dann kommt noch Upload, dann kommt noch ein bisschen Bearbeitung, bin ich bei knapp drei Stunden. Drei Stunden pro Part. Let's Playen ist nicht anstrengend, das ist, jeder, der das sagt, der hat keine Ahnung, aber es ist sehr zeitaufwendig. Und deswegen, äh, kann's auch mal hin und wieder kommen, dass da nichts kommt. Und, äh, jo, dann sind wir auch fast fertig. Äh, wie gesagt, Projekte haben wir gesprochen, das mit Elgato, wissen wir. Ähm, wie gesagt, im Januar werde ich dann, äh, also im März, denke ich mal, werde ich meinen neuen PC kaufen und im Januar versuche ich dann mir erstmal ein neues Mikro von zu kaufen. Die Elgato hat schon ziemlich hier zu Buche geschlagen. Und dann noch Weihnachten, ach, Leute, Mann, ne, kein Geld mehr. Also, wie gesagt, ich versuche mir dann auch ein neues Mikro zu kaufen, weil auch wenn mein Mikro aktuell noch geht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das auch den Geist auf geht. Das geht zwar besser als noch vor ein paar Monaten, aber, ne, man will, man will ja nicht zu viel rausnehmen. So, und dann noch zu Recaps. Ich mache aktuell keine Recaps, weil ich kein Zeit habe, weil da Weihnachtszeit, da Geburtstag, da, ja, das Wochenende fahre ich wieder nach Dortmund. Aber ich bin in Dortmund, Mann. Seht's mich. Ich bin auf der Bühne, Mann. Ich bin Pamela Henderson. So, German Comic Con fahre ich hier wieder. Und redet einfach so am Ende, wie es wieder war. Ähm, ich denke, das war es dann auch im Endeffekt so. Ich wünsche euch zumindest eine besinnliche Weihnachtszeit und schauen wir mal, was so dieses Jahr noch so auf uns zukommen wird und was uns natürlich dann nächstes Jahr alles für großartige Spiele erwarten werden. Dann würde ich sagen, verabschiede mich. Ich versuche euch, dein Smartfix, und bis bald. Ciao.